fristlose kündigung wegen äußerung in einer chatgruppe mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de sie wissen ja auch dass ich nicht nur zum thema renten und sozialrecht was sage sondern wenn es auch mal ganz interessante entscheidungen gibt die zum beispiel auch das arbeitsrecht betreffen oder aber zum beispiel auch das steuerrecht betreffen und hier in diesem kleinen video geht es um die frage ist denn eine fristlose kündigung eines arbeitgebers wegen ungebührlicher äußerung in einer chatgruppe rechtmäßig und da hat das bundesarbeitsgericht ich zeige ihnen das mal am 24.8 2023 eine wichtige entscheidung getroffen und zwar kann sich ein arbeitnehmer der sich aus einer ich mach es mal noch ein bisschen größer das ist vielleicht noch besser lesen können kann sich ein arbeitnehmer der sich in einer aus sieben mitgliedern bestehenden chatgruppe in stark beleidigender rassistischer sexistischer zur gewalt aufstacheln der weise über vorgesetzte und andere kollegen äußert sich nicht gegen die außerordentliche kündigung seines arbeitsverhältnisses wehren indem er sich auf eine berechtigte vertraulichkeitserwartung beruft der kläger hier war bei der beklagten beschäftigt und der gehörte seit 2014 einer chatgruppe an mit fünf anderen arbeitnehmern und im november 2020 wurde ein ehemaliger kollege als weiteres gruppenmitglied aufgenommen alle gruppenmitglieder waren nach den feststellungen der vorinstanz langjährig befreundet zwei miteinander verwandt und der kläger wie auch andere gruppenmitglieder äußerten sich in beleidigender und menschenverachtender weise über vorgesetzte und arbeitskollegen nachdem die beklagte hiervon zufälliger weise kenntnis erlangte kündigte sie das arbeitsverhältnis des klägers außerordentlich fristlos ganz scharfe waffe da ist man sozusagen über nacht seinen job los beide vorinstanzen also das arbeitsgericht und das landesarbeitsgericht haben dem kläger recht gegeben also die kündigung war unwirksam nach deren auffassung die revision der beklagten der der arbeitgeberin hat dann sozusagen beim zweiten senat des bundesarbeitsgerichts erfolg gehabt das berufungsgericht also das landesarbeitsgericht hat rechtsfehlerhaft eine berechtigte vertraulichkeitserwartung des klägers betreffend der ihm vorgeworfenen äußerungen angenommen und das vorliegen eines kündigungsgrundes damit verneint das bsg das bundesarbeitsgericht sagt eine vertraulichkeitserwartung ist nur dann berechtigt wenn die mitglieder der chatgruppe dem besonderen persönlichkeitsrechtlichen schutz einer sphäre vertraulicher kommunikation in anspruch nehmen können und das ist wiederum abhängig von dem inhalt der ausgetauschten nachrichten sowie der größe und personellen zusammensetzung der chatgruppe genau das ist hier das problem das bundesarbeitsgericht hat sozusagen hier erstmal ein leitfaden gefunden und hat gesagt was ist jetzt eine vertraulichkeitserwartung ist die erklärung die ich innerhalb der chatgruppe sage so vertraulich dass ich darauf vertrauen kann dass sie an dritte nicht weitergegeben wird oder aber warum können hier beleidigende und menschenverachtende äußerungen über betriebsangehörige sozusagen dann nicht weitergegeben werden wann habe ich eine berechtigte erwartung eine ganz besondere berechtigte erwartung daran dass der inhalt von keinen gruppenmitglied an eintritten weitergegeben wird das bundesarbeitsgericht hat das berufungsurteil aufgehoben und hat die sache an das landesarbeitsgericht zurück verwiesen und das landesarbeitsgericht wird dem kläger gelegenheit dafür geben müssen ihm da also er muss dann darlegen warum er angesichts der größe der chatgruppe ihrer geänderten zusammensetzung der unterschiedlichen beteiligung beteiligung der gruppenmitglieder an den chats und der nutzung eines auf schnell auf schnelle weiterleitung von äußerungen angelegten mediums eine berechtigte vertraulichkeitserwartung haben durfte meine damen und herren das wird ganz interessant werden wie der kläger das hier begründen will aber ich finde es schon mal ganz gut dass das bundesarbeitsgericht hier sagt also gibt es keine berechtigte vertraulichkeits erwartung dann habe ich auch keinen schutz dann muss ich mit dem vorliegen einer fristlosen kündigung immer dann rechnen wenn ich gegenüber anderen mitarbeiterinnen oder arbeit dem arbeitgeber stark beleidigende rassistische sexistische und zur gewalt aufstachelende äußerungen hier von mir gebe dann habe ich sozusagen pech gehabt näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel